Ali, ja, du wolltest doch Fahrrad haben. Ja, ich habe eine besorgt für dich, kein Problem. Mit Schloss, aber ich habe leider Schlüsse verloren. Ja, 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 kannst du aufbrechen, aber wenn du abholst, dann hier Fenster, klopfst du dreimal, legst du 50 Euro hin. Ja, ja, habe ich dir extra besorgt aus Köln, ist diese Fahrrad, Köln oder so heißt, so Köln, Kolok, irgendwie so eine komische Marke. Ja, steht da, auch Farbe, was du wolltest, blau, Bremse auch zwei Stück, super, kannst du abholen, bring Geld mit, haben wir 100 Euro, haben wir gesagt, okay, bringst du 150 für dich extra Preis. Hatte, tschüss.